Und dann haben sie Druck gemacht. Er war's, ich weiß das. Ist darauf aus, sie ins Gebüsch zu zerren. Und zu zwingen, sich auszuziehen. Sie zu schlagen und zuzuschauen, wie ihnen das Blut runterläuft. Ich kenne diese Art, Mann. Der kleine Mann, der kleine Mann voller Angst. Und den musst du dir vornehmen, gleich, wenn du ihn erwischt hast. Direkt nach der Tat, wenn er noch schwitzt. Haben sie von Rosbach geschlagen? Ja. Einmal. Das ist scheiße. Das ist scheiße. Das ist scheiße.